Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Heute sind es nur 150.000 Mark, die er gewinnen kann Aber wenn er erstmal den Titel hat, dann gibt's richtig Kohle Und welche Rolle habe ich in dem Spiel? Ich bin sicher, sein Manager betrügt ihn Umfasst alles, was er verdient Aber ich kann es ihm nicht beweisen Du weißt konkrete Anhaltspunkte Schwer zu sagen Ich traue weder seinem Manager noch seinem Anwalt Der Name des Managers ist Bodo Winkler Sein Anwalt heißt Reimer Und der macht alle Verträge Bei dem muss doch rauszufinden sein, wo man es Geld bleibt Vielleicht sollte man ihn einmal fragen Sinnlos Die lügen das Blaue vom Himmel Die haben alles perfekt inszeniert Mannes Freundin Marina Arbeitet bei dem Anwalt als Sekretärin Gut Ich sehe mir sein Büro mal an Aber bitte sei vorsichtig Die sind gefährlich Die Schlusssekunden der siebten Runde laufen Und Mann im Frohwein muss jetzt noch einmal kommen Er muss Dampf machen Er darf seine Linie nicht verlassen Und dann kommt er auch Mit einer linken Graden, einem rechten Haken Und dann gleich zwei Graden zum Körper hinterher Sehr schön gemacht vom Berliner Der jetzt noch einmal Eindruck schinden will So kurz vor Schluss dieser Runde Und dann kommt er auf Der Pausengon und Mann im Frohwein müsste eigentlich vorne liegen Gegen den immer wieder brandgefährlichen Rock Andrews aus Amerika Den man nicht unterschätzen darf Schmittchen ist jetzt natürlich aufgefragt Sein Begleiter in unzähligen Kämpfen Stillte eine Augenbrauenverletzung Wir erinnern uns Eine böse Situation in der sechsten Runde Als Endos ihn voll an der Schläfe erwischte Wir wollen nicht hoffen, dass der Kampf dadurch gestoppt wird Er muss die Blutung jetzt stillen Schmittchen Aber er ist ja ein alter, erfahrener Hase In zahlreichen Ringschlachten erprobt Und er wird schon das richtige Mittelchen finden Jetzt gilt es, den Mann noch einmal neu einzustellen Junge, nimm die Fäuste hoch Vernachlässige die Deckung nicht Das scheint Schmittchen Mann im Frohwein hier zuzupfen Und jetzt wird der Mundschutz eingeschoben Auf geht's zur achten Runde Und Mann im Frohwein stürmt gleich Er muss nichts angestimmt Man kann sagen, er wird den Amerikaner Mit einem schweren rechten Aufwärtshaken Genau auf die Kinnspitze Der Amerikaner wackelt endlos zu Boden Der Ringrichter zählt 7, 8, 9, aus Frohwein ist Weltmeister Du steckst ja alle in die Tasche Dann würde es richtig los, wa? Weltmeister Und so eine Comic-Schlosser Meine Kleine Nur können wir heiraten Nur bin ich wer Was soll der Scheiß? Lass mich runterheben Die sechste Runde habe ich gedacht Ich schade gleich Und habe ich an die gedacht Marina Habe ich gedacht Gut Sie ist da Meine Kleine Ich kann mich hier schaffen Manne, Junge Ich gratuliere dir Ja? Das hast du toll gemacht Siehste Lass uns jetzt Donnerwatt hier bauen, wa? Komm, Manne Der Arzt war da So Jetzt alle raus Wir treffen uns vom Verein Es gibt Schampus für alle Heute wird gefeiert Raus Raus damit Ja, ist gut Das ist der erste Schritt ganz nah oben, Manne Ich muss wieder arbeiten Gib Manne noch einen Kuss von mir Ich bin stolz auf ihn Ich geh auch Ciao Loser Loser Was machen wir? Hur Ich kann mich raus Das ist auch Ich kann mich dabei König Ich kann mich �ル Du bist ein echter Steher, Alter. Uns kann keiner. Der Beste aller Brüder, wisst ihr. Wir sind die Champions. 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 Wer ist das? Na ja, ich bin's ruhig. Ich wollte noch mal hinterher reden. Ich hab's wohl nicht böse gemein. Komm mal auf. Schick dich mal rein. Es ist Schluss. Endgültig. Was? Es ist aus. Hör mal, das kannst du nicht machen. Er braucht ja. Leck mich am Arsch. Wenn du Mannen verlässt, bist du erledigt. Hau ab oder ich hol die Bulls. Hau ab. 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 Scheiße, zu viel Stoff. Bleib ganz ruhig, Lidia. Ganz ruhig. Kohl, du Arzt. Bin sofort hier, oder? Ein Arzt, bitte. Unfall, da müssen Sie sich da drüben. Notaufnahme. Es ist nichts mehr zu machen. Ich spiel vor. Scheiße, der ist jetzt hier oben. Der hat den Marina umgebracht. Da läuft er doch, da läuft er! Schön. Hey, komm, der ist ja gut. Komm, Schiff! Komm, komm, hoch. Komm hier, ich war bei der Marina. Ich wollte mit dir reden. Ich habe mich nicht mehr reingelassen, hat sie mehr. Sie war ja jetzt schon geladen, weißt du? Nee, ich weiß überhaupt nicht mehr. Hör mal genau zu, Mann. Ich wollte warten, noch mal mit dir reden. Dann bin ich eingepennt vor ihrem Haus. Ich habe ihr gefunden im Keller, das Erd geblutet. Ich habe ihr nicht tragen können. Ich war bis auf dem Okay, aber ich war ja jetzt klar im Kopf, absolut klar. Ich bin dann losgerannt, ins Krankenhaus einen Arzt holen. Ich habe es ihr versprochen. Ich bin zurückgekommen mit dem Walermuth-Arztwagen schon da und dem Bullen. Und Nicole hat ja schrien, ich hätte ihr umgebracht, aber ich war doch voll. Ich habe im Jaden gelegen und eine Schnettje kriecht, Mann. Sie ist tot, Mann. Nein. Ich... 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 Ich liebe sie auch nicht mehr. Genau. Ja. Vielleicht... Vielleicht war das doch bloß eine Kiste für das Bett. Ja. Warum... Warum hat er das getan? Tot ist er? Das ist nicht wahr, Rui. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das ist nicht wahr. Nein, Rudi, sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot? Doch, sie ist tot. Nein, nein. Ein Schwimmel. Aber wie ist es passiert? Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt? Nichts hat sie gesagt. Ja, nichts. Nein, das ist nicht wahr, Rudi. Anno? Was soll er noch werden? Ja, Uri? Weiß ich auch nicht. Ihnen sind es jedenfalls klar. Du musst dir da raushalten. Ich werde schon irgendetwas einfallen. Ich bringe das in Ordnung. Ich werde herausfinden, wer meiner das angetan hat. Nee, nee. Das, das, das tat ich nicht damit. Verwatsch, Mensch. Komm, komm, du. Du haust da hin. Pennen, solange du kannst. Und dann rufst du Bruder an, der hält deine Presse vom Leib. Ich werde das in Ordnung. Komm, kiek dir das an. Ganz genau. Manne der Champion. Statt ist das Einzige, was zählt. Ich bin nicht so wichtig. Das ist alles, was ich weiß. Eben alles, was mir Rudi gerade am Telefon erzählt hat. Warum stellt er sich nicht der Polizei, wenn er das angekündigt war? Mein Gott, du warst doch selbst mal dabei. Die sind vorhin gefunden zu haben, dass es gewesen sein könnte und schließen ihre Akten-Deckel. Renners aber nun tat sie lieber. Du, ich kenne die beiden, da waren die noch so groß. Ich weiß. Aber Menschen ändern sich. Der Charakter eines Menschen ändert sich nicht. Rudi war schon als Kind ein ehrlicher Typ. Rudi ist ein bisschen wie du. Er hat einen besonderen Sinn für Gerechtigkeit. Er ist ein Moralist. Er ist ein Moralist. Ja. Wenn er es getan hätte, würde er dafür gerade stehen. Der Junge ist okay. Auch wenn er manchmal etwas empfindlich ist. Was soll ich tun für dein Unschuldslamm? Rausfinden, wer es war. Ich verstehe nicht, was sich an diesem Fall interessiert. Eine absolut klare Sache. So etwas hatte ich schon x-mal auf meinem Schreibtisch. Der Junge hat seine Wut an der jungen Frau ausgelassen und dabei ist sie leider über den Jordan gegangen. Wer ist eigentlich dein Auftrag? Lieber. Du erwartest doch nicht, dass ich auf solche Fragen antworte. Ich habe nie verstanden, warum du aus dem Dienst rausgegangen bist. Du wirst es ja doch nicht los. Also, was ist, kann ich jetzt die Akte sehen? Ich darf nicht. Du kennst die Dienstvorschriften, auch wenn du nicht viel davon hältst. Exakt. Wäre es damals nicht nach den Dienstvorschriften gegangen, würden heute vielleicht noch ein paar Leute leben. Möglich. Aber ich darf dir die Akte nicht geben. Es ist ungesetzlich. Willst du einen Kaffee? Mit Milch und Zucker. Wie geht'st? Mariusz! Ja? Mein Name ist Peter Ström. Na und? Nur ein paar Fragen, die den Tod Ihrer Freundin Marina betreffen. Ich hab Euch wohl schon alles gesagt, was ich weiß. Ich lass keinen mehr rin. Ich bin nicht von der Polizei. Kommen Sie vor dem Bodo? Nein, ich bin Privatdetektiv. Ich hätte nur ein paar Fragen. Sie meinen so richtig Detektiv? Richtig Krimi-mäßig? Ja. So richtig Krimi-mäßig. Na gut. Kommen Sie rin. Kommen Sie rin. Wieso haben Sie denn Ihre Uhr los runter? Blöde Frage, weil ich Angst habe. Angst? Wovor? Na, Frau Rudi, der läuft noch frei rum. Ich bin noch Zeugin. Und nicht mal Polizeischutz geben die einen. Wieso sind Sie denn so sicher, dass Rudi Ihre Freundin getötet hat? Na, weil er Marina gedroht hat. Wenn Sie sich von Manne trennt, ist er erledigt, hat er gesagt. Sie trennen wahrscheinlich nicht, wa? Das ist ein Schläger. Der hat schon mal einen fast erschlagen. Ein Jahr Jugendstrafe, darum darf er auch nicht mehr boxen. Der ist echt brutal. Wie stehen die Brüder zueinander? Wenn Sie einen einen runterhauen, schreit der andere Aua, wenn Sie wissen, was ich meine. Ungefähr. Und sonst? Der Mann ist ein spitzen Boxer. Aber eben nur im Ring clever. Rudi ist doof. Heim. Sonderschule. Alles klar? Wenn der ausrastet, dann sind Sie eine ganze Kneipe alleine auseinander. Ich hab das schon erlebt! So was hat auch seinen Reiz. Rudi war gestern hier? Ja. Aber Marina hat ihn nicht drin gelassen. Sie hatte einfach Angst. Gesehen haben Sie ihn aber nicht mehr. Nee. Erst als die Bullen hier waren. Die sind von gestern? Ja. Sind auch. Die letzten Bilder von Marina. Ich kann das ja nicht glauben, dass sie tot ist. Wir hatten so viel Spaß zusammen. Ihre Freundin hat, ähm, finanzielle Zuwendungen erhalten für ihre Beziehung zu Manne Frohmein. Das ist doch ja nicht wahr. Das sind die meine Gerüchte. Sie hat Geld genommen dafür, dass der Mann diese Verträge eingeregt hat. Na, wenn schon. Außer ein bisschen Geld war mit dem sowieso nicht denn los. oder finden Sie, dass das Boxen abendfüllend ist. Das spielt kein Malz, hab ich das finden. Ich brauch das. Zur Beruhigen. Spielst du nie? Ich spiele eigentlich immer, nur nicht mit Automaten. Ein Glück, dass es nicht zu viele von deiner Sorte gibt. Sonst ginge der Laden mir pleite. Wie viel verschließt du denn so an einem Tag? Manchmal gewinne ich. Klarissa. Was gibt dir die Gewissheit, dass Rudi unschuldig ist? Ich weiß es einfach. Aber er hatte Streit mit dir. Er war zur Tatzeit am Tatort. Der soll es denn sonst gewesen sein? Wenn ich das wüsste. Es passt einfach nicht zu ihm. Typisch räumliche Logik. Ihr Frauen verlasst euch nur auf euer Gefühl. Selbst wenn der Verstand euch sorgt, dass es das verkehrt ist. Weil wir damit am Ende meistens richtig liegen. Darum. Triff dich mit Rudi. Rede mit ihm. Was soll ich damit? Er hat für dich auf die Kassette gesprochen, wann und wie du ihn treffen kannst. Aber keine Bullen. Klar? Auch nicht dein Kommissar Martin. Versprich es. Der Junge hat zu viele Krimis gelesen. Nee. Ich. Die Idee ist nämlich von mir. Na also. Bahnhofbahn 121, ist ja eingefahren in S-Bahn. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Bitte alle aussteigen, dieser Zug endet hier. Untertitelung. BR 2018 Ich warte nicht. Wenn es so ist, wird sich das rausstellen. Ich habe ja sofort gesagt, sie glauben mir auch nicht. Na ja, sie sind ein Schläger. Ein Jahr Jugendstraße. Sie haben schon mal jemanden gefasst erschlagen. Deshalb dürfen sie doch nicht mehr boxen. Feierabend mit der Boxerei. Lizenz sind zu. Passen Sie auf Ihre Fäuster. Schatze! Schatze! Die ist... ...die Lohm jetzt auch detektet war. Unsinn. Was wäre besser, Sie würden sich stellen. Ich finde schon heraus, was passiert ist. Aber passen Sie verdammt nochmal auf Ihre Fäuster auf. Ich weiß nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Das ist ja die Scheiße. Also Sie waren es nicht? Nee. Ich glaube, ich war total voll. Für mich ist... Ich war erst wieder richtig klar. Ich gehe von Ihnen ab. Könnte es nicht doch sein, dass Sie... Nee, nee, glaube ich nicht. Irgendwas müsste ich doch wissen. Irgendwas müsste läuten bei mir. Irgend so ein komisches Tier fühlen müsste da sein. Das hatte ich immer, wenn ich ihm sofort angestellt habe. Aber da ist nichts. Rein ja nichts. Mensch, Sie müssen rausfinden, was passiert ist. Ich will nicht, dass Mann, die denkt, ich hätte es in der Marino-Wart angetan. Erinnern Sie sich an ein Geräusch. Jemanden, der vorbeikam. Ich hatte eine Kleinigkeit. Wie wären Sie im Garten lagen? Nicht. Filmriss. Das muss im Hausflur passiert sein. Irgendjemand hat... Das ist doch nicht wahr. Wussten Sie, dass der Manager Ihres Bruders Marina bezahlt hat? Dass sie bei meiner bleibt? Bis man in die Weltmeisterschaft in der Tasche hat? Aber das ist nicht wahr. Was haben Sie gesagt? Marina hat sich bezahlen lassen von Bodo Winkler. Können Sie meinen Pfund leihen? Klar ist er... Jetzt ist aber Schluss mit der Gutmütigkeit. Außer dem bin ich gar nicht sicher, dass Rudi nicht doch was mit der Sache zu tun hat. Irgendetwas ist ihm in unserem Gespräch eingefallen. Ich möchte wissen, was das war. Sag, was du denkst. Der Junge soll sich stellen. Kommissar Martin ist ein fähiger Kollege. Ein bisschen bürokratisch, aber gründlich. Ich bin kein Sozialarbeiter. Verstehe. Bodo Winkler war bei mir. Moment. Er wollte, dass ich dich von dem Fall abziehe. Das kann ihm doch nur nützen, wenn er Fall gelöst wird. Verstehe ich nicht. Ich auch nicht. Also, tu mir den Gefallen. Geh morgen noch mal zu ihm und finde raus, was da läuft. Gut, ich rede mit ihm. Klar weiß er. Warum sind nicht alle Frauen wie du? Wie bin ich denn? Das Seele, Herz. Männer sind für dich keine Konkurrenten, keine Gegner. Reine Begabung, Schätzchen. Nee, Berufskrankheit. Bin eben Fachidiot. Schließlich lebe ich davon, dass die Männer sich bei mir aushalten. Manne, Deckung. Ja, sehr gut. Sehr gut. Die Führhand, Führhand einsetzen. Komm, mehr Arbeit, mehr Arbeit. Ja, gut. Sehr gut. Sehr gut. Beinarbeit, Manne, Beinarbeit. Was ist denn los? Komm, 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 komm. Komm, jetzt. Ja, jetzt hast du. Stopp. Strom, Sie wollten mich sprechen? Nee, ich wollte nicht mit Ihnen sprechen. Sie sollen sich aus der Sache mit Rudi raushalten. Das ist alles. Liefern Sie mir mindestens einen wichtigen Grund, warum ich das tun soll. Weil der Fall klar ist. Ich habe genug damit zu tun, die Presse niederzuhalten. Der Fall muss nicht noch extra hochgespielt werden. Rudi soll sich stellen. Ich zahle Ihnen einen Judenanwalt. Totschlag, acht Jahre. Damit ist er Juden bedient. Lese. Da oben steht ein Box-Weltmeister. Da oben steht ein Box-Weltmeister. Meine Aufgabe ist es, ihm den Rücken freizuhalten. Kommen Sie mir dabei nicht in die Quere. Meine Pause. Wir machen heute Abend weiter. Wenn Sie wollen, können Sie mit meiner sprechen. Das ist Herr Strom, den ein Bruder auf die Sache mit Marina angesetzt hat. Er will von dir hören, wie du das siehst. Ich habe dazu nichts zu sagen. Lassen Sie sich nicht stören. Was mich noch interessiert, wie ist das Verhältnis zu Ihrem Bruder? Er ist der einzige Mensch, den ich habe. Was ist mit der restlichen Familie? Kein Kontakt. Wir sind mit zehn von zu Hause weg. Das heißt, Rudi war zehn. Ich war acht. Heimerziehung auf behördliche Anordnung. Der Alten haben Sie das auch gerecht genommen. War auch besser so. Glauben Sie, dass Rudi Ihre Freundin Marina ermordet hat? Ehemalige. Nein. Rudi hat nichts damit zu tun. Wann haben Sie Rudi zuletzt gesehen? Noch im Meisterschaftskampf. Kurz bevor Marina... ...bevor sie mit mal Schluss gemacht hat. Dann ist sie mit ihrem Chef abgehauen. Seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen. Seitdem der Tod ist, ich weiß es erst seit gestern Abend. Und das Rudi gesucht wird auch. Der Bruder hat das mal erzählt. Wollen Sie noch etwas wissen? Das war es schon. Wiedersehen. Nein. Das war's für heute. 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 Ich denke, die Aussagen der Nachbarn, von Nicole und den Leuten, die Rudi's Streit mit Marina beobachtet haben, zu den Vorstrafen. Es ist bekannt, dass er unkontrolliert zuschlägt. Alles würde sich erreichen, um ein Gericht zu überzeugen. Was sind Sie doch für ein feiner Bruder? Sie sind der Einzige, der ihm helfen könnte, aber Sie sind zu feige. Sie lassen Ihren Bruder für eine Tat büßen, die Sie begangen haben. Öffnet Sie den Schrank. Sie wissen, Sie wissen, Sie werden nicht glauben, aber ich habe das Ding behalten, für den Fall, dass Sie Rudi einbuchten wollen. Sie können, wie jeder von Ihnen. Sie können das rausholen. Es ist ja nur alles egal. Warum? 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 Warum konnte sie mich einfach lieb haben? Aber ... so, wie es war ... ganz am Anfang ... Ich ... ich ... ich ... ich wollte ... ich ... ich ... ich wollte sie behalten. Die war ... sie war alles, was ich jemals ... ganz für mich alleine hatte. Ich habe Rudi nicht gesehen. Ich wusste noch nicht, dass Rudi vor dem Haus lag. Ja, Geld, Geld, Geld hat sie ja genommen, das sie immer aushalten muss. Können Sie sich so etwas vorstellen? Ja, ich habe sie erschlagen, ja, ich habe sie erschlagen, aber ich habe sie noch nie erschlagen, aber ich wollte sie noch nicht umbringen. Ich wollte sie nicht umbringen, aber ich hasse diese Fäuste, ich hasse sie! Ich habe sie am Atem, bitte. Also gut, wenn Sie darauf bestehen, dass Ihr Mandant noch nicht in der Lage ist, eine Aussage zu machen. Ja, Martin. Was? Am besten Sie kommen gleich zu mir ins Kommissariat. Ja. Ja. Eben hat Ihr Bruder den Mord gestanden. Was machst du denn für Sachen? Das Ganze hat mich natürlich überrascht und wie die Sache ausgeht, kann ich nicht garantieren. Ich habe dein T-Shirt verbrannt. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was du vorhast. Aber ich weiß nicht, früher oder später hat es mich doch erwischt. Wenn nicht so, dann anders. Seit wann weißt du, dass ich das war? Das Motorrad. Ich habe deine Maschine gehört in der Nacht vor Marinas Haus. Das war mir erst wieder eingefallen, wie Strom mir gefragt hat, ob ich irgendwelche Geräusche gehört habe. Und? Na, ich habe doch gesagt, ich bin nicht so wichtig. Es tut mir leid für dich. So ist das Leben. Du hängst sie an den beiden. Wenigstens hat Rudi nicht gelogen. Er war es nicht. Er konnte doch nicht wissen, dass Manne es war. Ich hätte mich nicht einmischen sollen. Das ist Ihr Gestaltenes. Unterscheiden Sie. Hier und hier. Abführen. Hotel Ambassador Berlin. Schönen guten Tag. Was darf ich für Sie tun? Das tut mir leid. Der Herr Peter Strom ist bereits abgereist. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Was sind Sie doch für ein erbärmlicher Feigling? Sie lassen tatsächlich Ihren Bruder über die Klinge springen. So einfach machen Sie sich das. Was für ein unglaublicher Zynismus. Aber Sie haben sich verrechnet. Ich werde neben Ihnen sitzen, wenn Sie das Protokoll unterschreiben. Wer wollte denn so? Das interessiert mich nicht. Wie willst du nur ein Von was muss man nicht wegmachen? Ich werde mich abhängen. Ich habe zwar nicht festgestellt. Ich möchte mich nicht erfahren. Ich werde mich nicht verbreitern. Ich werde mich abhängen. Einmal wohnen mit meiner Verbreitung. Er ist nicht ausgirrt. Ich werde mich abhängen. Schuss! Scheißkerl, verdammter! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er ist ein Mann! Er ist ein Mann!